Ja, also früher war ich schon mehr drin bei FIFA. Mittlerweile halt nicht mehr so, aber irgendwie guckt man halt doch immer noch mal hin, was man für Werte bekommt. Ich glaube, ich kann da für alle sprechen. Also für Flo vor allem ist es extrem wichtig, weil der spielt nur FIFA und der freut sich auch richtig, dass er das gerade in der Hand hält. Aber ja, wir freuen uns. Mal schauen, was wir für Werte haben, ne? Mach 95. Der hätte doch 500. Ja, warte, wir müssen von den anderen auch. Ich weiß doch. Hallo, gib mal. Ich sage Daily würde ich jetzt auch so 85, 82, sowas sagen. Ich mache 81. Boah, scheiße. Boah, ich war nicht schlecht. 79, Daily. Ich war nicht schlecht. Ich muss sagen. Ich auch. Muss man komplett abziehen? Geht besser, ne? Also ich hatte mal über 80, das weiß ich. Das weiß ich. Na, die muss eigentlich. Auf Karte aber, ne? Ja. Du musst überlegen, wie viele Tore du gemacht hast und dann so wie oft du geschossen hast, oder so? Ich glaube, das spielt schon eine Rolle, oder? Okay. Daily, du bist gerade. Du musst dir eine Karte zeigen. Moussa, 75. Daily habe ich 70. Boah, Moussa. Was? Hä, was haben die gemacht? Hä? Aber warum? Nadiem? Unter 60, unter 70? Das ist eine Verarschung. Katastrophe, hm? Moussa, 60. Wer hat das gemacht? Ja, ist schon krass. Bei Tempo sage ich, also ist auch schon krass, so, aber passt. Passt, Nadiem, gut passt. Also ich habe das Gefühl, dass bei mir alle 60 mal gut. Vielleicht habe ich insgesamt auch 60. Passt. Passt? Wenn ich diese Werte hier sehe, von dem dann auch. Daily, super, passt. Nicht? Fake. Moussa, 70. Ihr habt euch jetzt ein bisschen anstecken lassen von den Sachen davor, oder? Oh. 66 hast du mir gegeben. Tut mir leid, Mitch. 78. Ich habe auch, wie viel? 78? Ich scheiße mich richtig rein. Moussa, 74. Was ist Moussa? 74. Und du? Ach, hier. Ja, ist okay, aber ne? Ja, der hat dich jetzt, glaube ich, anstecken lassen, oder? Weil sonst hättest du es niemals gemacht, oder? Ja. Ich hätte vielleicht 75 gemacht, klar. Ja, aber warte mal, also Nadiem hat gleich. Also allgemein, dass jetzt bisher, okay, außer Moussa einmal 93, dass keiner irgendwas in den 80ern hat, finde ich schon ein bisschen krass, muss ich sagen. Also solche Dullis sind wir jetzt eigentlich nicht. Oder? Ja. Also Daily wird sicher underrated da. Oder Moussa. Moussa sage ich. Moussa und 100 Prozent, weil der ist rausgeschlimmer. Ja, ja. Moussa und Fredo. Ja, aber er ist wohl heftig. Ey, Flo, was machst du gerade mit mir? Was meinst du? Du bist doch Abwehrspieler. Aber ja, egal. Ich kann dribbeln, Bruder. Ja, du kannst dribbeln, aber Abwehrspieler. Bruder hast du aber auch bei Lukaku, hast du gesehen, bei Speed? Ja, die machen doch, was sie wollen, also. Ja, okay. Deswegen juckt nicht. So, letztes Mal, wo wir das machen. Ich will auch richtig raten. Können wir mal eine Karte haben, ne? Ich will dich nicht pushen. Und dann schreibt die Karte dir ab. Moussa 85. Wer war nicht richtig? Ich? Warte, wir können abmachen. Tschüss. Oh, gut, ich. Was denn? Ja, 82, Bruder. Mach keinen Disrespect, Bruder. Wollach auch 82. Und ich war fast richtig. Moussa 84. Oh, richtig. Gut, Herr Prelick. Moussa 84. Ehrlich? Ja, 82. Ist okay oder Katastrophe? Okay, okay. Was sagst du? Ja, gut, gut. Also, Daly ist underrated, sag ich, als Dribbler. Moussa, Daly? Ja. Hä? Nein. Komm, Nadjim, Nadjim? Nein, aber Bruder, was soll ich machen? Bruder, Daly hat die heftigsten Körpertäuschungen. Ja, also, ja, mit der Zeit wird es vielleicht besser noch, ne? Bruder, was für 84 Defense bei mir. Willst du mehr? Nein, weniger? Nein, weniger. Bruder, scheiß mal da drauf, was da steht. Lass dich doch überraschen. Du kennst mich doch. Wollah, Bruder, was hat er mit dir gemacht? Du bist doch kein Verteidiger eigentlich. Nee, war das richtig blamiert. War nicht. Aber okay, gut, das ist korrekt, dass du das wenigstens machst. 80. Aber ich glaube, es hätte höher sein können. Ich habe dir Moussa 50 gegeben. 73, Daly. 73. Nein, Moussa. Offensiv. Offensiv. Gut, gut. Ich habe 44 bekommen. Ja, weil Mousa klein ist zum Beispiel, glaube ich, ich habe den weniger gegeben, so weißt du? Ich sage, ich muss... Nein, nein, nein. So. Okay. 71. 79 habe ich nicht so schön geschrieben, oder? 64, Bruder, was? Ja, na. 68. Aber warum machen die das da? 50. Moussa 53. Ja, aber der kann auch 90 Minuten sprinten. Fake, Moussa. Fake. Fake, Moussa. Ja. Wo kann man die finden, die das gemacht haben? Okay, ich fange an. Ich sage 76. Achso. Frech halt trotzdem, aber... Was sagst du bei dir vor? Ähm, ich sage 70. Was sagst du? 68. Ja, ist doch okay, Bruder. Cool. Auf jeden Fall. Hast du was gesagt? Nadine. 77. 37. 37. Du sollst es raten, du. Hab ich schon. Ja. Ha. Ich sage dir.